Dann legen wir mal los und ich will jetzt nicht gleich zielgerecht oder zielrichtig in diese Diskussion einsteigen und fragen, was ist die Kunst in der Kultur, sondern mit der Frage oder mit der Aussage. Ich habe irgendwie, ich weiß noch nicht mal, ob es Fernsehen oder Radio war, ich habe irgendwo was, es war nicht Staubsaugen, ich konnte noch gut hören, ich habe irgendwas getan im Haushalt und hörte dann einen Kunstwissenschaftler sagen, Art is not self-explanatory. Und dann dachte ich impulsiv erstmal, was erzählt der denn für den Scheiß. Also ich gehe ja auch häufig durch diese Ausstellung hier und reg mich darüber auf, wie wenig self-explanatory Art ist und dann habe ich darüber nachgedacht. Und ist es denn nicht eigentlich richtig, diese Aussage, dass die Kunst, die neu ist, natürlich sich nicht selber erklären kann? Also ich glaube, ich soll jetzt antworten als Erster. Ich finde nicht, ich wollte deswegen nicht antworten, ich finde, also ich arbeite viel im Theater und in der Musik, ich bin Inigo, ich mache ja die inszenierte Konzerte. Ich finde, ich mag nicht Dinge erklären, es ist nicht meine Aufgabe, es ist ja auch nicht die Aufgabe der Kunst, aber self-explanatory im Sinne von, es müsste sich schon an mich präsentieren und mich irgendwie quasi erzählen, was es von mir verlangt. Ja, das finde ich schon eigentlich. Also es geht gar nicht darum, irgendetwas zu erklären im Sinne von, jetzt muss ich dir irgendeinen Inhalt drüber bringen, damit man dann versteht oder nicht versteht. Aber ich finde, aber vielleicht ist das, weil ich mit sehr ungewöhnlichen Formaten arbeite, ich arbeite ziemlich viel damit Sie oder er, wenn Sie in irgendein Konzert kommen, nicht oder nur verloren sind, indem ich will, dass Sie verloren sind. Und nicht einfach, dass man dieses Gefühl hat, okay, das verstehe ich wirklich gar nichts und ich weiß aber auch gar nichts, wie ich da irgendwie reinkommen soll. Von daher, ich stimme nicht wirklich zu dieser Aussage, tut mir leid. Ja, ist es denn nicht so, dass Sie die Aufgabe dann haben oder darin sehen, diese Inhalte zu erklären oder zu übersetzen, was ein Interpret ja im Allgemeinen tut? Ich hasse dieses Wort erklären. Ich finde, man soll nichts, also ich muss nichts erklären. Also was soll ich Ihnen erklären? Dann machen wir einen Vortrag, das können wir gerne machen. Aber das ist was anderes, ich finde. Kommunizieren. Kommunizieren, okay. Also ich könnte schon versuchen, dass ich etwas vermittle oder irgendein, aber erklären ist so etwas Konkretes, Inhaltliches, wo man sagt, das müsste jetzt so und so. Und dann erklären ist auch, Sie können es verstanden haben oder nicht. Und dann ist das richtig oder nicht. Und da kommen wie so Geräte, wie so langsam in einem Weg, was ich finde, das ist nicht der Weg. Dieses Gespräch will ich nicht aufmachen in der Art und Weise. Manchmal kommen Leute und sagen, ich habe gar nichts von einem verstanden oder ich bin gar nicht reingekommen, ich war von einem verwirrt und so. Das nehme ich gerne an, höre ich zu, denke ich darüber nach. Manchmal ist das einfach so. Aber dieses Erklären... Kommunizieren. Ja, ja, sorry, sorry. Aber eben so dieses self-explanatory oder nicht self-explanatory, also Explaining ist schon Erklären, ist nichts. Ja, weil Sie haben jetzt Erklären als einen rationalen Akt beschrieben. Erklären ist viel mehr. Das kann ja auch ein intuitiver Akt sein. Also deswegen dachte ich, Kommunizieren ist vielleicht der bessere Begriff als die direkte englische Übersetzung. Also irgendwie, wie man verstehbar machen. Darum geht es ja eigentlich. Man kann das auch ohne Erklärung machen. Aber ich dachte nur, dieses Progressive, das, was die Avantgarde ja auch gemacht hat, das, wie sie sich auch unterscheiden wollte zum bisherigen, war ja etwas neue Konzepte anzubringen, mit diesen neuen Konzepten jetzt Musik zu gestalten. Und das war für viele unverständlich und ist teilweise bis heute auch noch unverständlich. Und das gegenüberzusetzen natürlich der Nicht-Avantgarde, das wäre ja jetzt zum Beispiel so ein Kriterium, das wir entwickeln könnten und sagen, okay, wir haben hier auf der einen Seite die progressivere Kunst und auf der anderen Seite die weniger progressive Kunst oder die anders progressive Kunst. Und vielleicht richte ich jetzt auch mal die genau Frage. Das habe ich befürchtet. Ja, ich würde sagen, es gibt Kunst und es gibt keine Kunst. Und entweder scheint die Essenz dieser Sache auch durch und dann bedarf es keiner Erklärung. Es ist klar, es ist da, es ist vorhanden. Man hat es erfahren. Ich würde eher Erfahrung sagen. Also entweder hat man es kollektiv in dem Raum wirklich erfahren, was passiert ist. Oder eben nicht die ganzen Konzepte, die dazu verwendet werden, um etwas näher zu bringen. Ich glaube, dass das eine Sackgasse ist. Ich glaube nicht, dass das irgendjemandem hilft. Und ich glaube auch, dass es vielen hilft, die die Essenz der Sache nicht unbedingt vor Augen haben, damit sie ihr Werk als Kunst verkaufen können. Das finde ich sehr gefährlich daran. Und ich benötige überhaupt keine Erklärungen für Pierre Boullys Orchesterwerke. Wenn es wirkt, dann wirkt es. Und wenn nicht, dann nicht. Ist dann Kunst, also in the eye of the beholder sozusagen, also ist Kunst erst dann Kunst, wenn es gelingt quasi? Weil das finde ich, für mich hätte es schon was mit der Haltung, also mit welcher Haltung. Aber da wird es schon sehr sozusagen rutschig, wenn man in die Vergangenheit reinschaut. Weil vieles, was heute als Kunst gilt, war schlicht und greifend Gebrauchsmusik oder verschiedenste Sachen. Und ich glaube, Musik speziell kann schon eine Karriere durchlaufen quasi, wie es auch eben kontextualisiert und inszeniert wird und so weiter. Also ich habe einfach ganz subjektiv, intuitiv selbst das Gefühl, entweder ich habe es erlebt oder nicht. Ich kann es jetzt nicht für andere sagen. Ich weiß auch nicht, wie man deswegen Kritiken schreiben sollte zum Beispiel. Ich verstehe nicht, wie das geht. Entweder hat man es erfahren für sich oder nicht. Wie kann man das für ein breites Publikum entscheiden? Das macht für mich irgendwie nicht so viel Sinn. Und? Ich habe noch nichts Intelligentes beizutragen gerade. Okay, dann versuche ich nochmal einen Impuls weiterzugehen. Ich versuche mal so einen kleinen Erfahrungsbericht aus einer Musikhochschule zu berichten. Da geht es darum, um die Ausbildung von Komponisten und um die Frage, welche Rolle die Musiktheorie darin spielt. Die Musiktheorie, die versucht, bestimmte Fähigkeiten den Studenten beizubringen, die aber sehr, also die alle nach hinten zeigen. Ich sage es mal ein bisschen provokant, aber ich denke schon, da ist, jeder versteht, was damit gemeint ist. Und die stehen in Konkurrenz mit Fähigkeiten zum Beispiel Programmieren. Also entweder dürfen die Studenten Musiktheorie lernen oder sollen oder sie dürfen Programmieren lernen. Und hier, da tut sich ja so ein Graben auf, der auch, wenn man die gesamte Musikhochschule betrachtet, da wird ja ausgebildet, der Musiker, der halt existierende Partituren interpretiert oder bis zur Renaissance, also bis zur ganz alten Musik versucht, mit dieser Musik zu interagieren. Und dann wiederum andere Musiker oder auch Komponisten zum Beispiel, die jetzt erstmal gar nicht so weit zurückblicken, sondern eher nach vorne blicken. Und da habe ich das Gefühl, da ist eine Institution, die geht mit Musik um und die unterscheidet sich in die einen, die nach vorne schauen, die einen, die nur zurückschauen. Ja, das finde ich auch schrecklich. Ich finde, man sollte beides können. Und man sollte auch, das ist eigentlich nur Handwerk. Man sollte ein Handwerk beherrschen, damit man Ausdrucksmittel hat, damit man überhaupt dazu kommt, sich auszudrücken und wirklich keine Grenzen an für sich hat. Also wenn man programmiert, dann programmiert man ja nicht. Das ist ja nicht, das ist wie eine Taste anschlagen beim Klavier. Es ist aber auch nicht mehr. Es ist ein Mittel zum Zweck. Und was man damit macht, ob dadurch wirklich etwas erreicht wird, was man als Kunst benennen kann oder was die Person, die das macht, auch selbst als Kunst erfährt, das ist dann immer noch frei. Und deswegen sollten eigentlich alle alles machen. Das fände ich schön. Ich finde, oder so war es in meiner Erfahrung, die schönsten Unterrichter, die besten Unterrichter sind die, die auch, wenn die Renaissance Contreport unterrichtet, nicht wirklich nach hinten schauen in dem Sinne. Also, sondern das Thema ist irgendwie, ist immer aktuell. Ich habe viel zu tun gehabt dieses letzte Jahr mit sehr vielen Leuten, die sehr technisch begabt sind und sie machen immer sehr viel Musik und so. Und da habe ich aber erfahren, wie das ist eigentlich tatsächlich, wenn Musiktheorie dann fällt. Also sie kämpft dann wirklich mit dem. Und ich habe sehr gute Erinnerungen von gewissen Musiktheorieunterrichtern, wo ich wirklich ganz stark widersprechen würde, das ist ruckschauend. Das ist das, weil, also ja, die Musik ist ja alt, das können wir nicht ändern, aber unsere Rezeption von dieser Musik und unsere Art und Weise über diese Musik zu denken und so, das ändert sich auch. Und das kann ziemlich aktuell bleiben. Ich würde sagen, also es gibt so dieses Zitat von Borges und so, wenn etwas 70 Jahre alt ist, dann ist das wieder neu. Und dann, wenn es wirklich 500 Jahre alt ist, ist es wirklich erschreckend neu manchmal. Ja, wir erlauben uns ja auch wirklich eine Musik, die, in der wir jede Zeitscheibe von 500 Jahre bis zum Jetzt konsumierbar haben, im Radio gespielt wird oder im, die wir kaufen können oder in Spotify oder wo auch immer, Zugriff zu haben. Also wir sind umgeben von einer noch nie so polyästhetischen Situation, also die uns ja eigentlich erst mal so ein bisschen schizoid machen könnte. Also wo, wovon fühle ich mich angezogen, wofür kämpfe ich als Künstler, wo finde ich mich auch wieder in teilweise auch traditionellen Stilen? Außer nicken keine. Ja, ich habe auch schon viel zu viel geredet, aber ich glaube, ich habe eine gute Frage für Michael. Nein, weil tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, durch die polyästhetische Welt, Musikwelt, in der wir leben, lösen sich für mich auch, und das zeigt sich, finde ich, auch am Streaming oder so, wie, dass man immer mehr in Playlists denkt und weniger in Alben oder in sozusagen in, wo liegt das im Plattenladen, dass sich sozusagen diese Zeiten auch auflösen, dass sozusagen Musik eigentlich nur noch Material wird. Und dann ist es eben tatsächlich die Frage, kann das, was heißt nur, Musik ist dann Material und dann ist die Frage, können wir als Musiker das Künstlerische darin zum Ausdruck bringen? Und dann ist, gelingt das oder gelingt das eben nicht? Und ich fand ja immer, Michael, du hast ja Kaleidoskop, Solistenensemble Kaleidoskop gegründet, und für mich war das immer so das erste Beispiel, das ist ja schon zehn Jahre her oder so, wo so mit Musik umgegangen wird. Natürlich gibt es das bestimmt schon viel länger, aber in meiner Biografie war das so ein Impuls, und ich habe das Gefühl, jetzt deine Arbeit ist noch radikaler auf so ein Fundament runter reduziert. Also wie siehst du dieses Spannungsfeld aus irgendwie künstlerischem Arbeiten mit vielleicht klassischem Material? Weil du mir das auch in den Kopf gesetzt hast mit Kunst und Kult. Ich weiß nicht, wie ich das sehe. Also für mich ist es gerade, ich stelle mir gerade eher die Frage, warum das Künstlerische oder Nicht-Künstlerische so zur Debatte steht, oder was das, ich weiß nicht, weil darüber mache ich mir keine Gedanken. Weil du Künstler bist. Nee, weil, also ich, keine Ahnung, ich bin gerade wirklich echt verloren mit dieser Fragestellung. So, ich weiß nicht, ob es, ja, ich weiß nicht, was ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich glaube, für mich ist es so, für mich fällt es auch, oh, sorry, mir fällt es auch ziemlich schwer über dieses so, was ist Kunst, was ist nicht Kunst und so, Thema. Ich finde, wenn man Kunst macht, dann machst du dir eine Antwort. Es ist aber nicht eine Antwort, die gemeint ist irgendwie für die ganze Welt. Es ist irgendwie deine Antwort und mit dieser Antwort leuchst du weiter. Aber also diese Fragestellung, wie es Musikwissenschaftler ist, werde ich jetzt sagen, es macht einem ein bisschen eher Angst als Künstler, glaube ich. Weil dann fängst du an, so tatsächlich diese Antwort versuchen zu, für alle irgendwie jetzt eine pauschale Antwort zu finden. Das ist wirklich, es ist eine Aufgabe und es ist irgendwie nicht die Aufgabe, also es ist nicht deine Aufgabe. Aber du bist eher so mit deinen Tunen beschäftigt und da findest du irgendwelche Antworten, die für dich funktionieren und wächst weiter. Ja, aber es ist, ich verstehe euch ein bisschen nicht, muss ich echt sagen. Also, weil Musik ist, also wie es ja hier in dem Text steht, also Erhalt und Erfindung. Es ist immer irgendwas neu und es wird immer etwas wieder aufgeführt. Also deswegen jetzt einfach zu sagen, jetzt, ich kann nicht abgrenzen und so weiter. Also, wir stehen immer mit diesem Problem oder wir sind immer mit diesem Problem konfrontiert. Und ich finde auch, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, diese Zäsur mit der Avantgarde, warum haben die sich denn so orientiert? Weil sie sich abgegrenzt haben. Also, warum haben sie sich abgegrenzt? Weil sie gelernt haben von dem, was vorher war. Also, wir reagieren, wir entwickeln natürlich immer weiter. Und das ist ja die Erfindung, die dieses, auch wenn wir das, wir haben gerade im Vorgespräch die Situation gehabt, Minimum Music. Was für eine harmonische Progression ist da. Das sind harmonische Prinzipien, die sind ganz schlicht und alle schon wirklich gewesen. Da ist ein neuer Aspekt, der Strukturelle, der in den Vordergrund tritt. Also, wieder so ein Handshake. Hier, das machen wir neu. Und hier gehen wir sogar zurück. Wir sind nicht nur zwölftönig, sondern eine komplexe Harmonik, sondern eine ganz einfache, schlichte Dreiklangästhetik, könnte man fast sagen. Arpeggiierte Dreiklangästhetik. Damit gehen wir um. Also, wir haben immer diesen Handshake zwischen dem Konventionellen, also dem, was schon da ist, und dem Weiterentwickeln etwas drauf tun. Das war ja auch vorhin so angekündigt. Und ich würde jetzt auch nicht so, jetzt ist es keine Kunst und das ist Kunst, weil da wollten wir gar nicht so drüber reden, sondern eher, ich finde diese Begriffe Erhaltung und Erfindung viel interessanter, weil wir müssen ja in der Musik auch mit beidem umgehen. Ja, ja, absolut. Also, ich sage nicht, lass uns nicht darüber reden. Das ist auch nicht so mein Vorschlag. Ich sage zum Beispiel, ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel über meine Tätigkeit. Ich mache, also für Sie meine ich eigentlich Konzertinszenierung. Ich bin ja auch Komponist von Ausbildung. Erhaltung und Erfindung. Ja, man sagt die ganze Zeit, so, jetzt lass uns diese Konzerte einfach so erhalten, weil so hat man es getan und so. Das ist alles eine Lüge, eine Riesenlüge, ja. Wir haben Briefen von Clara Schumann, wo Clara Schumann sagt, dieser Konzertveranstalter will, dass ich Kreisleriana spiele am Konzert. Das geht gar nicht. Auf keinen Fall werde ich Kreisleriana spielen können. Und wenn überhaupt, irgendwelche Nummer, weil das Ganze ist zu spielen, das geht gar nicht. Das machen wir die ganze Zeit jetzt. Also, Erhaltung wäre, wir sagen, Kreisleriana spielt man im kleinen Kammer mit 15 Leuten, die Fans von Robert Schumann sind, bei der Abenddämmerung. Aber das wäre Erhaltung, aber das wäre Erfindung auch. Von daher, also, wenn ich anfange, so diese Kunst-Kultur-Dualität, ich kriege so ein bisschen Vertigo und dann denke ich, das ist nicht meine Aufgabe. Deswegen, also, diese Abgrenzung fällt mir ein bisschen schwer, weil in diesem Bereich, wo ich zum Beispiel arbeite, und sie reden natürlich auch viel von den Avantgarde und so, aber das sind jetzt vor 100 Jahren, dieser Bruch, was wir hatten, das ist jetzt 100 Jahre alt. Und ich bin im Moment eher beschäftigt, Brücken zu bauen oder so, mir genutzt schon dieser Bruch. Von daher, also, weil Avantgarde nimmt man so in den Mund dieses Wort und es ist wie hier, aber es ist wirklich 100 Jahre alt mittlerweile. Und dann sind wir andere Gründen. Und ich finde dieses Thema hochspannend, ich finde, wahrscheinlich müsste man nicht die armen Künstler, die sich irgendwie auf ihrer persönlichen Art und Weise damit beschäftigen. Also, die kriegen vielleicht nicht die beste Antwort, sie kriegen persönliche Antworten, aber vielleicht nicht die schönsten. Aber auf keinen Fall meine ich damit zu sagen, so, jetzt lassen Sie dieses Thema nicht besprechen oder so. Also, so geht es mir, ich weiß nicht, wie es euch damit geht. So. Ich sage mal, warum ich von der Avantgarde spreche. Erstmal ist die Avantgarde ja auch etwas, von der wir was lernen, weil sie ja auch von gestern ist. Und ich habe sie ja auch jetzt noch direkter, ein bisschen direkter miterlebt als die Jüngeren von Ihnen. Zweitens ist es natürlich ein Extremkonzept. Und das Interessante ist, dass wir jetzt von diesem Extremkonzept weit weg sind, weil die Avantgarde gibt es nicht mehr. Und was ja jetzt passiert, ist ja eigentlich diese, eine Musik zu gestalten, die mehr, die näher am Publikum wieder, die sich auf das Publikum zubewegt. Und das ist ja aber auch der Komponist, der sowas tut, oder muss ja immer über diese, finde ich, jeder muss, jeder Künstler muss darüber nachdenken, Art is not self-explanatory, weil er muss ja diesem Spruch nicht nachfolgen, sondern er kann ja auch das Gegenteil machen. Wir sind eigentlich in einer Zeit, in der die Musik beginnt, eben self-explanatory zu werden. Wie meinen Sie das konkret? Aber ich glaube nicht, dass die Avantgarde-Künstler das, ich habe mich damit zu wenig direkt beschäftigt. Also ich höre mir gerne was an und schaue mir auch gerne was an, aber es ist, ich gehe jetzt zu wenig zur Historie, aber ich habe das Gefühl, dass das aus einer inneren Notwendigkeit heraus gemacht wurde. Und da ist eigentlich nichts zu unterscheiden zu Bach in meinen Augen. Der hat es auch aus innerer Notwendigkeit herausgeschrieben. Also für mich ist das alles gleich. Das sind Künstler, die was machen, weil das für sie die Freiheit ist. Und dann macht man es eben. Und das drückt sich eben anders aus in verschiedenen Feldern, in verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Rahmenbedingungen. Aber ich akzeptiere alles als Kunst und genieße es, als Ausdruck der Freiheit. Ich will mal ein Beispiel geben. Die Gregorianik oder später die komplexere Motentenmusik. Das ist ja ein Thema, womit ich auch sehr viel umgehe. Da ist einfach ein Vorgang, dass eine Melodie aus der Gregorianik verlangsamt wurde und dann als Basslinie unter eine Motette gelegt wurde. Das ist avantgardistisches Denken. Da hat keiner aus dem Publikum verstanden, ah ja, jetzt höre ich die Basszene, das ist die aus der Gregorianischen Melodie. Das ist ein Konzept, wo bestimmte Leute sich aus dem Sinngedanken heraus überlegt haben, dass sie jetzt Dinge so und so machen. Und das Verstehen war eigentlich sekundär. Und insofern ist das ein kompletter Avantgarde-Gedanke. Weil ob die Leute in der Kirche verstehen, was da musikalisch passiert, das war denen völlig egal. Die haben die Messie auch in Lateinisch gehalten und so weiter. Das Verstehen war sogar kontraproduktiv. Es sollte sogar verhindert werden, dass die Leute verstehen. Das ist auch kontraproduktiv, wenn man musizieren will, finde ich. Zu viel Verstehen steht im Wege. Das verhindert die Intuition. Ich glaube, das hält viele Musiker auch davon fern, dass man wirklich im Moment musiziert, sondern man versteht dann viel, weiß dann genau, wie das in Relation zu sonstigen Aufführungen ist und versucht sich dann zu platzieren. Das ist dann aber nicht aus dem Moment heraus. Das ist nicht musizieren. Was habe ich gemacht? Vielleicht war das ein bisschen so dieses Thema mit diesem Erklären und diesem Begriff, der die ganze Zeit auch da ist, von diesem Verstehen, ein bisschen so in einem logischen Sinne, dass ich verstehe, wie Nuper Rosario Flores zum Beispiel gebaut ist, dass es gebaut ist mit diesem Ratios von dieser Kirche und ob das tatsächlich sein müsste. Weil ich glaube, das war auch so etwas, was im 20. Jahrhundert ziemlich selbstverständlich geworden ist. Also es hat ja auch so mit der Art von Analyse zu tun und so, dass man gedacht hat, aha, man muss verstehen. Zum Beispiel diese Senker-Analysis war so ziemlich prägend dafür. So ist dieses Stück, so, Punkt, Schluss, bis zum Ende analysiert und bravo. Und das war es. Und das ist natürlich die Frage, ob es tatsächlich so bleibt oder ob dieses Verstehen so wäre. Und man hat auch andere Leute, die analysieren, wie Charles Rosen oder so, die dann eher so kontextualisieren und in Zusammenhängen setzen und die auf eine andere Art und Weise und nicht erschöpfende Analysen durchführen, die für mich viel interessanter sind. Oder Dieter de la Motte ist auch jemand, der so zum Kopf kommt, der ein bisschen so in diese Richtung. Und von, also verstehen, natürlich muss man klar das Gefühl haben, man ist eingeladen von dem, was man erfährt und so. In diesem Sinne muss man schon verstehen. Aber jetzt verstehen, wie das gebaut ist. Also hat Boulez natürlich gesagt, mich interessiert vor allem, wie dieses Stück gebaut ist und nicht, wie es klingt. Und ich finde, okay, lass uns schauen, ob es nicht andersrum vielleicht auch besser funktioniert. Aber das hat er auch mit diesem Serialismus und mit diesem ganzen so, und das hat sehr geprägt, diesen Gedanken. Und ich finde, man kann sie in Frage stellen, diesen Gedanken. Also was ist die beste Rezeption? Ist diese analytische Hörhaltung von Adorno tatsächlich die beste und immer die beste Hörhaltung? Weil das ist bis jetzt und nicht nur für so neue Musik, sondern wirklich für die Musik. Und das prägt unsere Idee, was machen wir mit diesem Konzert? Wir machen nichts und wir hören, weil ja, hören ist irgendwie das Heiligtum von diesem Ding. Und das ist die beste Haltung und die einzige Haltung, wo man nachstreben müsste. Und ich finde, lass uns schauen. Ich glaube, eine spannende Entwicklung, die Entwicklung des Konzertes in den letzten, sagen wir 200, 300 Jahren, ist ja eine Entwicklung der immer weiter fokussierten Aufmerksamkeitssteigerung auf Musik, also die Verabsolutierung von Musik. Und das ist ja eine kulturelle Entwicklung primär und keine, also auch schon künstlerisch getrieben, aber vor allem ja mit dem aufsteigenden Bürgertum und so weiter, als Ersatzreligion, als Identitätsstätte und so weiter. Und das ist, glaube ich, das Missverständnis, worauf auch ich ein bisschen hinaus will. Wenn wir, und das betrifft die seltsame Tätigkeit, Musik aus vergangenen Zeiten zu spielen, wie gehen wir, wie schaffen wir es, das, was vielleicht in der Zeit so drastisch war oder was auch an sozusagen Retrofuturismus da drin steckt, wie schaffen wir das, wieder erlebbar zu machen? Weil ich erlebe einfach oft, wenn wir hier wegen Beethoven hier zusammenkommen, dann ist es doch so oft, dass Beethoven eben wird so als drastischer, radikaler Künstler dargestellt, aber am Ende ist es extrem entschärft in der Art und Weise, wie wir damit umgehen. Und nichts von dem, was da an Sprengstoff drin ist vielleicht, wird erlebbar. Und das ist das, was ich ein bisschen meine mit dieser Verkulturalisierung von Repertoire, dass es sozusagen einfach zu Inventar wird und nicht mehr das hat, was es ausmacht, nämlich krasse Kraft. Und das ist das, was ich, wie gesagt, erstmals mit als erstes bei Kaleidoskop damals, aber dann auch bei vielen anderen und dann bei deiner Arbeit. Also wie geht man mit diesem Material um, auch im zeitgenössischen Kontext? Was soll ich dazu sagen? Interessant, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Gibt es, wenn nicht, darf ich etwas fragen? Die heute Abend, die Performance, ich finde, es ist schwierig darüber zu reden, aber ist da etwas, was man verstehen sollte oder müsste? Es gibt einen Text und der wird für das Publikum auch ausgelegt, sodass jeder sich den auch lesen kann, vorher, nachher. Und dann kann man selber entscheiden, ob man dem Text im Stück zuhört oder nicht. Aber es ist nicht so, du setzt, du arbeitest ja extrem lang auch an so einer Arbeit, sagen wir vier, fünf Wochen. Das fliegt nicht an dieser, aber so allgemein an solchen Entwicklungen. Und die Prozesse, die da stattfinden, ist das irrelevant für das Endprodukt, was da vielleicht an künstlerischer Produktion, gibt es da etwas, was hilft, wenn wir verstehen? Über das Verstehen mache ich mir vielleicht eher immer zu spät Gedanken. Ja, und ich weiß nicht, die Frage, ob das dann tatsächlich, ob das ankommt, was man möchte, das ankommt, oder weil man geht ja meistens von der eigenen Erfahrung aus, was man erleben möchte und versucht dann was zu machen, was anderen Leuten auch sowas ermöglicht. Und das ist ja immer nur ein Probieren von Mal zu Mal, dass man halt versucht, da irgendwie näher dran zu kommen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel der Grund, warum ich auch angefangen habe, mich mit der Form, wie man Musik aufführt, auseinanderzusetzen und auch überhaupt selber Musik zu schreiben, weil ich würde sagen, ich kann das gar nicht, aber ich mache es halt, weil ich irgendwie, das zumindest dann was ist, was ich sozusagen wirklich, was ein Teil von mir ist oder was, sagen wir, der Versuch auch selber was zu machen, was mich eben interessiert, was irgendwie unklar in einem, einen selbst beschäftigt und das versuchen irgendwie nach außen zu bringen. Aber ich glaube, dieses Probieren, das führt dann eben dazu, dass man halt alle möglichen Dinge ausprobiert, um das möglich zu machen und sich dem anzunähern. Aber direkt ums Verstehen geht es da, glaube ich, nicht. Ich finde, ein sehr wichtiger Stichwort ist, dass das etwas von mir ist. Ich glaube, das ist ein großes Problem in der Ausübung klassischer Musik jetzt in dem Fall, aber auch oft von neuer Musik, dass es diese komischen Mediatoren namens Musiker gibt oder so. Das ist ja auch eine tolle Chance, weil es dadurch quasi skalierbar wird. Aber was wir sehr oft erleben, weil wir versuchen ja als Veranstalter auch Menschen zu erreichen damit, ist, dass das eben das ist, was oft fehlt, ist sozusagen die Identifikationsfigur, die auch dafür steht, was da passiert. Und es passiert vielleicht zu selten, wenn da Leute Beethoven spielen, dass sie wirklich sozusagen das verkörpern können überhaupt. Und da helfen, finde ich, schon solche Formen, wie eben was in Ego macht. Und natürlich bei euch beiden, ihr seid ja sozusagen Composer, Performer. Da ist das, ja, da löst sich dieses Problem zumindest auf. Aber meinst du, das ist ein Problem, was es gab? Oder ist das ein Problem, was damit zu tun hat, dass die Klassik sehr viel über Persönlichkeitskult funktioniert? Weil das habe ich auch so betrachtet, dass es sehr viel geht um, so jetzt dieser Künstler ist da und der wird dir so seine Version von, diese anderen Künstler sind viel oft, sind sie Männer auch, aber nicht immer Männer, Gott sei Dank, mehr und mehr. Aber also ich habe, und ich sehe auch zum Beispiel, wie Konzerthäuser funktionieren und so und ich sehe schon, dass sie sehr viel über die Persönlichkeit gehen. Also jetzt diese Person wird dir die Golden Variationen vorspielen, diese Version von Tchaikovskis Geigerkonzerte. Also dieses, also es geht sehr viel über diese Namen und gar nicht zum Beispiel, ich hatte dieses Projekt in der Tonhalle gemacht, es war für sie sehr schwierig, das zu verkaufen, als das ist eine andere Erfahrung oder ein anderes Erlebnis. Das mussten sie auch verkaufen mit einem riesen Plakat von mir, obwohl ich gar nicht zu sehen bin in diesem Ding. Ich war mit der Techniker und dann musste ich nach draußen kommen, weil das, und da habe ich mich gefragt, wo kommt das eigentlich her? Ist das, steckt es tatsächlich drin oder ist es einfach halt, wie man das macht? Dass man wirklich diesen Namen anbietet, dieser Stardom-Kult, also seit Paganini und Liszt und weiß ich was. Da sind wir an dem Punkt, wo die Kultur funktioniert, also die Mechanismen wie Vermarktung, weil die ja da auch zugehören und Beethoven war ja auch nicht ganz ohne Vermarktungs-Ehrgeiz, weil das ist existenziell bedeutend für jeden Künstler, gerade jetzt, wir sehen ja so Einkommensstatistiken von Komponisten und Jazzmusikern, wie stark sie am unteren Ende des Existenzminimums liegen. Es gibt ja auch Vorbilder in der Romantik-List, so ein paar Figuren, die genauso funktioniert haben. Also so neu ist das ja gar nicht für dieser Personenkult. Also das ist eher sogar, ja passt schön in unsere romantisch geprägte, geprägtes Kulturverständnis, dass alles diese Muster, die in der Romantik geprägt worden sind, für uns immer noch funktionieren lässt. Ja, aber für mich war es sehr interessant, ich habe jetzt neulich gelesen, es gibt so einen musikischen Schaffler, einen Engländer, der sich sehr beschäftigt mit Londoner Konzertleben im 18. Jahrhundert, also wirklich sehr, sehr, sehr genau und sehr konkret mit Konzerten und das war sehr interessant. Da gab es auch für diese Solomon-Konzerten, Haydn kommt, Haydn kommt und das war überall ausverkauft und Haydn konnte man nur da hören, an dieser eine Konzertreihe, also wirklich so Personenkult 1.1, es wäre als wäre Katy Perry da, aber es war halt Haydn. Und dann in den anderen gab es aber andere Identitäten, also es gab die alte Musik, wo man dann, also alt im Sinne von Händel, nicht älter, aber Leute, die schon gestorben waren, die waren alt und die anderen haben neuere Musik. Es gab auch aber diese Pleasure Gardens, wo man wusste, man konnte rumspazieren, das war so eher so eine Erfahrung, eher so ein schöner Abend irgendwo, wo man so ein bisschen rumspaziert und sich unterschiedliche Sachen hört und vielleicht eben kein Haydn, wo das Programm, also sieht man schon, es gibt so eine unterschiedliche Menge von Ansätzen, was diese Vermarktung von diesen Konzertreihen und ich habe den Eindruck, jetzt hat es sich sehr verfestigt, es ist sehr diese eine Art und Weise, also durch die Verkörperung, durch diese Stadion und das stimmt, was Sie sagen, dass das im Romantischen... Aber dem möchte ich so ein bisschen wieder entgegensprechen, weil wenn ich mir so Figuren wie Stockhausen, Boulets und so weiter anschaue, es gibt keinen Ersatz für diese Dimension von Genieprojektion in eine Person, sondern wir haben eher eine viel größere Vielfältigkeit heute, als wir es noch vor 50 Jahren hatten. Wir haben viel mehr Komponisten und viel mehr unterschiedliche Komponisten und viel weniger Stars. Also es ist doch eigentlich eine ganz interessante Richtung. Unter den Komponisten, meinen Sie? Ja, aber ich meine auch, da kommt man trotzdem, man kann man so, alle möglichen Pianisten und Geigenisten und Dirigenten und so, ich meine, dann gehen Sie zu anderen Stars. Das stimmt, also in der sogenannten klassischen Szene ist es so, wie Sie beschreiben, aber jetzt in der zeitgenössischen Musik vielleicht, wenn der Herr Gottschstein aus eigener Erfahrung sprechen kann als kompetenter Fachmann oder das wäre so ein Punkt, wo wir auch gerne das Publikum nochmal reinholen wollen. Falls Sie Fragen haben, bitte aufzeigen, dann können wir Sie mit reinnehmen, dann muss jemand das Mikrofon zu Ihnen bringen und dann können wir die Fragen mit einbeziehen, das wäre schön. Da ist schon eine Frage. Mikrofon kommt, kommt. Jetzt an Sie konkret. Ich würde denken, dass in der Generation von Starkhausen und Boulets, das sind die Namen, die nicht zu den vielen gegangen sind. Haben wir das nicht heute noch genauso, dass wir die drei, vier Namen haben, die das überleben werden? Aber eine riesige Masse von Komponisten war das nicht damals genauso und war nicht damals die Vielfältigkeit auch gigantisch? Wer macht heute schon noch aleatorische Musik oder sowas? Und auf der anderen Seite hatte man auch Leute, die Filmmusik gemacht haben. Also die Bandbreite ist doch eigentlich genau dasselbe, oder nicht? Es gibt nur ein bisschen mehr ihr Elektronik verfügbar. Ich würde sagen, es wird heute viel mehr, es gibt viel mehr Marktplätze, es gibt viel mehr Geld für Kultur, es ist viel verteilter, viel kleinteiliger. Wir haben viel mehr unterschiedliche Ästhetiken. Wir haben nicht so die Einigung auf bestimmte große Bereiche. Wir haben ein abgestuft, also ich wollte jetzt nicht allein reden, aber wir haben abgestuftere Kulturproduktionen, es gibt Filme, es gibt Werbung, es gibt so viele Sachen, die es vor, ich sage mal, 50, 60, 70 Jahren noch nicht gegeben hat. Ich glaube eher, wir haben eine größere Masse an Kreativität, die sich sehr stark verteilt. Allein schon, oder der große Unterschied ist, wir haben nichts, auf was wir uns einigen können. Das ist vielleicht so platt gesagt, der große Unterschied zu der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo so ein Einigungsprozess in gewisser Maßen sich stattgefunden hat und das als Beweis kann ich dafür anführen, natürlich, dass der Rundfunk natürlich in diesem Business sehr stark, also eigentlich, der Hauptakteur war und da sehr stark Meinungsbilden mitgewirkt hat und mithilfe von Experten so eine Meinungsbildung oder auch so eine Verstärkung, seine Selbstverstärkung provoziert hat und dadurch bestimmte Stile und Komponisten nach oben gespült wurden und andere, die wurden rausgehalten. Während heute, glaube ich, erst mal der Rundfunk selbst so ein bisschen einer von vielen Akteuren ist. Es gibt die Vervielfältigung in Industrie, Platten, CDs und so weiter, das gibt es jetzt auch nicht mehr, wo dann jemand Moderator ist, der dann halt aus den Eleven den er jetzt fördern möchte oder die, die er jetzt fördern möchte, heraussucht. Also viele Mechanismen sind eher so ein bisschen Peer-to-Peer gerichtet und nicht, ich glaube, das andere hieß Business-to-Business oder irgendwie sowas war das, also mehr an das Individuum. Mit YouTube erreiche ich Individuen und das ging vor 50 Jahren fast noch nicht. Da konnte ich nur über eine CD, eine LP oder nur über den Rundfunk gehen. Es gab keinen anderen Mechanismus und ich musste dann über die Filter gehen. deswegen würde ich widersprechen und sagen, wir haben eigentlich mehr Aktivität und eine größere Anzahl an Personen, die aktiv sind und eigentlich weniger, auch weniger stilistische Merkmale und Personen, auf die wir uns als Megastars einigen können. Ich könnte sagen, das Zeitalter des Genies ist vorbei, wir haben eine sehr lebendige Kultur. Aber das mit dem, dass das Zeitalter des Genies vorbei ist, haben die auch schon gesagt. Also die Kritiker, die über diese Leute geschrieben haben, in den 70er Jahren hat man gesagt, das Genie ist passé, war letzte Generation. Aber ich glaube, das ist immer nur ein Reflex. Ich glaube, das wird man in 30 Jahren noch über unsere Zeit genauso sagen, oder nicht? Da würde ich eigentlich zustimmen. Ein bisschen. Ich habe das Gefühl, also ja, es gibt deutlich mehr Menschen, die jetzt produzieren können. Ich glaube nicht, dass die Kreativität an sich zugenommen hat, sondern dass die Produktionsverfahren einfach deutlich einfacher geworden sind. Ich kann in einem Hotelzimmer mit vernünftigen Kopfhörern und meinem DSP-Rechner am Laptop, ich kann da eigentlich alles umsetzen, wozu man früher im WDR-Studio mit Stockhausen sitzen musste. Und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Und was dadurch auch passiert ist, das Volumen an Komponisten, Kreativen, die veröffentlichen, das ist wirklich unglaublich gestiegen. aber die Einkünfte, die sind nicht proportional hier zugestiegen. Deswegen hat man auch wiederum dann die niedrigen Einkommenszahlen, die dann belegbar sind. Die Frage ist, jetzt haben wir mehr Menschen, die Musik machen können und sagen wir mal am Minimum davon leben können. Ist das jetzt eine bessere Lösung als wenn eine Rundfunkanstalt vor 30, 40 Jahren gesagt hat, du darfst Komponist werden, du nicht, du ja, du nicht. Ob die dann vielleicht eine Gefälligkeit getan haben für die Person, dass sie sich da erst gar nicht reinstürzen. Das kann man halt diskutieren. Ich finde es gut, dass jetzt jeder alles machen kann und keine wirklichen Hürden hat. Sogar ich habe ein Label gegründet. Ich würde auch noch kurz was reinwerfen, aber Nikolaus Huber hat mir auch erzählt, dass er als er in den 70er Jahren oder 60er, ja 70er Jahren, wo er angefangen hat Lehrer zu werden in einer Volkswohnhochschule, dass sie auch sich darüber Gedanken gemacht haben und die Frage gestellt haben, ist denn Komposition an einer Institution überhaupt lehrbar? Das geht eigentlich gar nicht. Also diese Diskussion ist jetzt nicht ganz neu. Die hat man auch in den 70er Jahren schon geführt und gesagt, also Künstler kann man nicht lernen oder lehren. Das ist keine Eigenschaft, die man aneignen oder durch ich sage mal durch Reflexion so einfach erreichen kann, sondern da gehört ein bisschen mehr zu. Das Studium ist doch gekaufte Zeit. Gekaufte Zeit, das Studium als gekaufte Zeit. Jetzt gab es ja noch eine Wortmeldung. Ja, ich habe eine historische Fußnote, weil Karl Bulak vorhin meinte, entweder etwas ist Kunst oder es ist nicht Kunst. Es gibt ja lustigerweise ein Buch, das heißt Musik als Kunst und nicht Kunst von Bernd Spohnheuer und bei dem Buch geht es um Musik als Kunst namentlich Beethoven und Musik als nicht Kunst namentlich Rossini und bei allem Verständnis dafür, dass man das auch intuitiv erfahren können möchte, was Kunst oder nicht Kunst ist, ist glaube ich nicht schlecht, sich auch darauf nochmal hinzuweisen, dass auch Musik und Kunst im ideologischen Zusammenhang steht und damals war es sehr wichtig, Beethoven als Kunstfigur aufzubauen. Man brauchte eine Gegenfigur, die man herabsetzen konnte zur billigen Unterhaltung, das war Rossini und das ist in den deutschen Musikästhetik, Debatten und Konzertkritiken über Jahrzehnte gepflegt worden und ich glaube noch heute würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, Beethoven ist der bessere Komponist als Rossini, so weit geht das in unser Bewusstsein hinein. Es ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit aus Kultur Kunst zu machen, indem man diese Behauptungen lange aufrechterhält und über Analysen und was weiß ich für Verfahren diese Behauptung dann immer wieder herstellt. Das finde ich sehr interessant, diese Machtfrage, weil ich glaube, das ist tatsächlich ganz entscheidend, also wer hat eigentlich gerade die kulturpolitische oder sonst welche Machtposition, um einfach zu entscheiden und in wessen Interesse ist es eigentlich, dass etwas gerade als Kunst oder nicht Kunst gilt. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, das kam komplett falsch rüber. nach meinen eigenen Konzerten laufe ich auch weg und sage, es war Kunst oder es war nicht Kunst. Das ist das sehr, sehr Subjektive, sehr Intuitive, was man für sich erfahren kann. Deswegen meinte ich auch das mit Kritiken im Nachhinein, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass Rossini unbedingt nicht Kunst ist oder Beethoven unbedingt Kunst ist, weil es gibt mindestens 95% der Beethoven-Aufführungen weltweit sind Nichtkunst, würde ich mal behaupten. Da rettet es auch nicht, dass Beethoven das ist. Das ist wirklich in dem Moment und sehr, sehr subjektiv und man kann auch mittags ein Konzert spielen, abends ein Konzert spielen, das eine ist Kunst, das andere ist Nichtkunst. Und ich glaube, dass solche Kunstmomente akkumuliert dann eben irgendwann Kultur ergeben können, wenn das eben eine breitere Masse dann wirklich kollektiv erfährt. Das wäre dann wiederum zu der Anfangsfrage. Ja, aber dann sind wir jetzt wirklich weg von dem Punkt, von dem es ausgegangen ist, weil es hieß ja Kunst versus Kultur. Und das fand ich eigentlich schon einen richtigen Ansatz, anders als in der Überschrift, weil damit werden ja bestimmte Unterschiede geschärft, um die es jetzt auch immer ging, also ein bestimmter Anspruch und eine bestimmte Freiheit und eine bestimmte Distanz von Kommerzialisierungsmechanismen, von Starkult und so weiter. Also da wurde ja dieser Unterschied immer aufgerufen. Und dann sagen wir, das ist nicht unser, sondern wir sind auf der Seite der Kunst jetzt in dem Fall. Und deswegen verstehe ich nicht ganz, ich meine dann, also ich verstehe, dass Sie dann, dass dann die anwesenden Künstler dann sagen, wir haben für bestimmte Fragen einfach kein Verständnis, da haben wir nichts dazu zu sagen, weil wir natürlich nicht erklären wollen, weil wir natürlich keine Rechenschaft ablegen müssen, weil wir ja eben Kunst machen. Also wie gesagt, der Begriff ist es. Und jetzt aber finde ich es sonst nicht mehr ganz nachvollziehbar, wenn Sie dann sagen, wenn Sie dann berufen auf Mechanismen der Rezeption, die ja gerade eben kulturaffin sind, also sich dieses Zurücklehnen und sagen, es war eben gut oder war nicht gut und es muss intuitiv rüberkommen und alles darüber reflektieren ist falsch und es geht nicht um Verstehen und so weiter, dann spielen Sie wieder genau das Spiel der Kultur mit, weil genau das ist das Mechanismen der Kulturindustrie, dass Sie sagen, das kann jeder und das ist demokratisch und alle dürfen und Rossini und Beethoven stehen auf derselben Stufe, weil es ja alles schöne Musik ist. Das ist das Spiel der Kultur. Das würde ich als Künstler nicht mitmachen, sondern ich würde sagen, da bestehen wir auf einer Differenz, da bestehen wir auf einer Differenz des Anspruchs, Differenz des wirklich, auch des Verstehenmüssens. Übrigens, gerade bei Beethoven kann man diese Geschichte sehr schön erzählen, weil in die späten, ich habe mich beschäftigt, weil ich selber einen Vortrag halten muss für Beethoven und Freiheit übrigens und da kann man nämlich nachlesen, diese Geschichte, dass die späten Streichquartner nicht mehr verstanden worden sind und dass er da die Vorhelf für sich allein, das stimmt gar nicht. Man wusste 1813, 1812, Beethoven hat ein neues Werk geschrieben, Opus 127 und hat gesagt, oh, das hören wir uns mal an und dann war die erste Aufführung, die war irgendwie ein Flop, weil Schupanzig nicht richtig geübt hatte und dann haben sie es aber nochmal gemacht und dann hat es ein anderer Geiger gemacht und dann haben sie es zweimal hintereinander gespielt. Das ist zum Beispiel so eine kuratorische Entscheidung, die wichtig ist. Die haben das zweimal hintereinander gespielt und dann heißt es in den Berichten, kann man nachlesen, bei Rellstab hat er darüber berichtet, da standen die dicht gedrängt in einem kleinen Zimmer. Er sagt, die hat nicht mal Platz, sich wirklich zu bewegen. Da standen die und wollen verstehen. Also die Verstehensvokabel wird wirklich aufgerufen. Die sagen, wir müssen dieses Werk verstehen, was ist das? Und am ersten Mal verstehen sie es nicht. Am zweiten Mal sagen sie, jetzt haben wir es verstanden. Also das Verstehen ist schon eine Sache und das hätten sie eben bei Rossini nicht gesagt. Bei Rossini versteht man, weil man einfach in die Oper geht, eine schöne Musik, kann man ein bisschen was trinken, dann Nachbarin flirten und so weiter. Das ist die Rossini-Musik. Bei Bopetofen geht das nicht. Das ist schon Verstehen. Also ich würde auch diese Vokabel nicht herschenken als Künstler. Sonst mache ich eben, wie gesagt, das Kulturindustrie-Spiel mit. Wolltest du direkt drauf oder drauf anspotten? Ich wollte noch einen Aspekt dazu sagen. Wir hatten ja, also ich darf ja im Gegensatz zu diesem Genie, zu Josef Beuys Bemerkung, jeder Mensch ist ein Künstler. Erstmal die nochmal in Erinnerung bringen, weil diese schaltet erstmal jeden Mechanismus aus, dass irgendjemand irgendwas bewerten darf, sondern das ist, das lässt, das Bewerten tut, findet auf einer individuellen Ebene und auf der Ebene des Machens statt und nicht der Rezeption. Jeder Mensch ist ein Künstler. Es ging ihm darum, dass jeder Mensch Kunst, die Erlaubnis hat oder die Erlaubnis haben sollte, Kunst machen zu können. Und diese ganzen Filter, du darfst nicht, du darfst und wer überhaupt bestimmt, wer darf und wer nicht, die gibt es alle gar nicht. Also das finde ich erstmal eine ganz wichtige politische Aussage, auch eine Neubewertung, eine kulturelle Aussage, dass eben, als Beuys das gesagt hat, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass diese, die Mechanismen, die wieder erstarkt waren und diese starken Eliten auch, die sich entwickelt hatten, dass die auch ausgeschaltet werden. Die zweite Aussage ist, dass die Konstellation von Künstlertum, also die Bewertung zum Beispiel von solchen Persönlichkeiten, das Genie und so weiter, das ist ja immer, die Künstler tun ja auch immer so, als ob sie alles richtig gewusst haben, wie es geht und alle anderen waren blöd und haben es nicht gewusst, wie es geht. Das stimmt ja gar nicht, weil das ist ja eine gesellschaftliche Konstellation, man einigt sich auf bestimmte Kriterien oder man einigt sich eben nicht und dann, und das geht nicht vom Künstler aus, das macht der Künstler nicht, der stellt diese Kriterien, diesen Konsens, die gesellschaftlichen Konsens nicht her, sondern das ist ein Prozess, der in der Gesellschaft existiert und jeder Künstler gibt Angebote hinein und dann versteht er einige besser, diese Angebote auch ein bisschen vielleicht zielgerichtet sogar zu lesen und insofern ist dieses Avantgardistische, was Beethoven da auch mit seinen letzten Streichquartetten ja so indiziert hat in der Gesellschaft, die aber auch nur möglich auf der Tatsache, dass er eine Autorität hatte, die er sich aber auch, also er hatte Glück, also dass er auch bestimmte Konstellationen erlebt hatte, in der man ihn als Autorität hat, also hat sich heranbilden lassen. Also damit würde ich sagen, das ist ja nicht so, dass ein Komponist alles über seinen Werdegang bestimmt. Das ist ja ein ganz komplexer Prozess aus Umgebung, Kontext, Kontext, Weiterentwicklung, den wir alle überhaupt nicht verstehen. Und da ist Bach ohne Mendelssohn jetzt. Und jetzt ist Bach irgendwie immer der Vater von allen und Bach war eine ganze lange Zeit gar nicht da, bis Mendelssohn da war. Und Mendelssohn behauptet, so, lass uns den mal anschauen. Ich wollte nur ein paar Sachen, wo ich mich sicher falsch ausgedruckt habe. Also es geht mir gar nicht darum, ich versuche, diese Starkult und sowas, das versuche ich nicht zu bewerten, das versuche ich zu beobachten, weil ich muss mich ja in diesem Bereich bewegen, dann schaue ich mich so rum und ich denke ein bisschen drüber nach, ich versuche es jetzt nicht so krass zu bewerten. Und es geht mir gar nicht darum, dass man gar nicht reflektiert oder gar nicht sich unterhält, über die Sachen, die ich im Angebot stehe, gar, gar nicht drum. Wie ich gesagt habe vorne, müsste man schon dieses Verstehen, müsste das sein, nur wie ich es erfahren habe, in meinem Leben, ist dieses Verstehen zu etwas Logisches gemacht worden, was relativ getrennt ist von dieser Erfahrung, wo ich irgendwas sehe beziehungsweise höre und dann kriege ich irgendeinen Text, oft kriege ich es wirklich gar nicht zusammen und dagegen habe ich mich ein bisschen so rebelliert, irgendwann wo ich gesagt habe, okay, ja, das ist ja ein extrem so theoretischer Konstrukt, der vielleicht ganz interessant ist an sich, ist es oft, wo ich diese Verbindung mit dem, was ich jetzt gerade hier gesehen habe, gar nicht verstehe, wo ich von dem, was ich gesehen habe oder gehört habe, überhaupt nicht zu dem käme und das ist für mich irgendwann ein Problem, ich finde schon, deswegen finde ich, Alps, also Kunst müsste schon selfexplanatorisch sein, indem es sich zu mir irgendwie zeigt, das heißt es nicht, es erschöpft sich, das passiert manchmal, wenn die Sachen so selbstverständlich sind, manchmal erschöpfen sie sich und dann denkst du so, ja, habe ich verstanden und was und das ist dann eben nicht so, das ist nicht auch Kunst, das ist nicht, was man sagt, aber diese reine Verblüffung, wo man einfach da steht und denkt, was ist auch irgendwie nicht, oder für mich ist nicht so, was ich suche in der Kunst und das ist schon teilweise, was man gesucht hat in der Avantgarde, also tatsächlich diese, wie sagen wir, diese Polemik, tatsächlich so diese, so, jetzt habt ihr dies und dies gesehen und jetzt, also da das zum Beispiel ganz klar, jetzt verzichten wir auf das alles und diese ganze Erwartung, die man hat, jetzt gelten sie nicht mehr und das ist natürlich einfach die Frage, ob es so bleiben soll, aber das heißt gar nicht, ich bin ziemlich relativistisch, das heißt ich mag dieses Gespräch, dass wir darüber reden, warum soll Rossi nicht schlechter sein, ich finde es ein gutes Gespräch eigentlich, weil wie gesagt, wie viele Bachs haben wir noch im Schrank und wir kennen sie nicht, weißt du, ich habe neulich, hat mir eine Freundin gesagt, die ist sehr, so feministisch eingeprägt und so, sie hat mir so eine Menge von Frauen gezeigt am Anfang von 20. Jahrhundert und ich könnte ihnen nicht sagen, wieso sind diese Frauen nicht mehr, nicht bekannter, wieso werden diese Werke nicht gespielter, wieso kenne ich nur so Ravel und Stravinsky und so und ich wusste nicht mal, dass es eine Lille Boulanger gab und dass sie geschrieben hat und dass es ziemlich schön ist, was sie geschrieben hat und noch eine, die ich nicht mal, jetzt kann ich den Namen nicht, aber ich finde, ein bisschen Relativismus mag ich schon und es könnte, also für was wir kennen, es könnte tatsächlich gewesen sein, dass jemand dieses letzte Stück von Beethoven gehört hat und so gesagt hat, der Mann ist taub und niemals wäre es dahin gegangen, weil es braucht nicht nur ein Zupfen, es braucht Leute drumherum, die diese Behauptung machen, dieser Typ ist ein Genie, weil ansonsten bist du ein Verrückter und das ist tatsächlich manchmal der Unterschied, also wenn keiner dir folgen wird, dann bist du ein Verrückter und dann, wenn du aber etwas sehr Krasses machst und die Leute folgen, dann bist du ein Genie. Sorry. Das ist doch ein Schuss. Jetzt ist, Entschuldige, dass ich hier eingreifen muss, es ist Pause, lasst uns weitersprechen jetzt und die Diskussion zu zweit, zu dritt mit Kaffee und so weiter für 16 Uhr und noch vielen Dank für die Partizipation, das war sehr interessant. Vielen Dank. Vielen Dank.